Servus Leute und willkommen zurück zu Transport Fever Season 2 und ja unsere ganzen Sachen, glaube ich, laufen halbwegs. Wir haben jetzt überall Abstände sozusagen dazwischen. Die Produktion muss natürlich erst anfangen. Jetzt dauert jetzt ein bisschen, bis das sozusagen läuft. Hier sieht man schon, der ist schon ziemlich ausgelastet. Der hat die Produktion auf 88. Wir haben aber auf jeden Fall viel zu lange noch Intervalle. Egal ob ÖPNV oder das andere Zeug. Deswegen wären wir noch meiner Meinung nach Straßenfahrzeuge. Wir brauchen, ich würde sagen, auf jeden Fall da noch vier Stück Fontänen. Vier Stück und von den anderen jeweils, dann machen wir zehn Stück auf. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann haben wir mal überall noch zwei Stück auf der Linie. So, den schicken wir gleich mal weg. Auf die ÖPNV Wien. Die anderen müssen wir jetzt mal einstellen. So, da haben wir mal Vieh. Wie heißt der Heinrich und das liebe Vieh, oder? Getreide. So, Getreide. Dann haben wir hier Rohöl. Rohöl. Dann haben wir, Nehmen wir da Treibstoff gleich mal. Treibstoff. Und dann haben wir noch am Schluss die Lebensmittel, die produziert werden. So, da könnte ich eigentlich gleich den nächsten wegschicken. Auf die ÖPNV Wien. Zack, zack. Den lasse ich jetzt kurz mal wegfahren. Ja, da steht sogar der eine schon. Halt, der ist sich jetzt knapp ausgegangen. Da werden wir jetzt ganz kurz warten noch, bevor wir die wegschicken, die ersten. Weil die nicht vorbeifahren können, weil wir da zu schmal sind. Da haben wir ein bisschen Murks gebaut. Weil die scheiß Transport. Wir dürfen das nicht zu nahe heranstellen. Da haben wir wirklich, das haben wir verbockt ein bisschen. So, dann haben wir mal jetzt das erste. Das ist Produktion Nahrung. Dann haben wir hier Produktion Nahrung. Dann haben wir hier Produktion Rohöl. Dann haben wir hier Produktion Nahrung. Nein, Wien Treibstoff. Und dann haben wir hier Wien Nahrung. So, perfekt. Gleich schön aufgeteilt ein bisschen, dass sich das verläuft alles ein bisschen besser. Da könnte ich jetzt nachher, sobald der wegfahren ist eigentlich. Hat der den jetzt überholt? Oder fahrt der jetzt gerade erst weg nachher? So, der fährt vorbei. Das ist gut. Der fährt vorbei. Dann haue ich da nämlich gleich den nächsten. Auf die Bahn. Ich bin vor Wien. Der fährt jetzt raus. Ja, okay. Da haben wir jetzt ein bisschen ein Zwischending. Aber das muss ich ein bisschen aufteilen. Da geht nicht anders. Und ich hoffe, dass wir jetzt nachher Geld machen, schon langsam, weil irgendwie kommt es mir ein bisschen strange vor. So, wie schaut es noch? Na, ich wollte eigentlich auf Wien klicken. Wir haben 3% der Straßenauslastung. Wir haben noch keine Nahrung. Wir haben noch keine Produktion da. Das ist schlecht. So. Dann würde ich sagen, hauen wir den nochmal auf die ÖPNV hinaus. Auch wenn da gerade noch einer steht. Ich hoffe, der fährt jetzt gleich weg. Weil da kommt schon wieder der nächste. Der Dakt ist mit 43 Sekunden, glaube ich, jetzt schon halbwegs gut. Ich glaube, 20 ist das Optimale. So bei einem öffentlichen Verkehr. Und da wären wir den jetzt auch. Das ist Produktion Nahrung. Dann haben wir hier Produktion Rohöl. Dann haben wir hier Treibstoff. Dann haben wir hier Wien Nahrung. Und dann haben wir hier noch. Wups, kurz ein Leck, weil wir ins neue Jahr gekommen sind. Produktion Nahrung. So, gut. Wir sind jetzt mit dem Intervall. Schauen wir mal. Das ist ja noch immer zu hoch. Wien Treibstoff ist ganz gut vom Intervall. Meiner Meinung nach muss ich so um die 100 Sekunden bei den anderen Intervallen runter. Dass sich das was bringt auch. Wir können. Wir können schon noch was anbinden. Wir könnten das hier mit Getreide anbinden. Und mit Öl. Dann produziert der nicht nur Treibstoff dort oben. Jetzt schauen wir ganz kurz in die Details mal hinein. Der produziert jetzt gerade. Der hätte Potenzial Treibstoff noch einiges. Aber der hat relativ viel Öl im Lager. Der hat so viel Öl im Lager. Das Problem ist, der haut mir da durch. Ich muss das Öl wegbringen. Ich glaube, das funktioniert sonst nicht. Es ist die Frage, ob ich das jetzt anbinden soll. Oder ob ich das noch nicht riskieren soll. Wir werden einmal da gleich einmal das automatische Wechsel einstellen. Weil das wir dann halt nachher irgendwo reinkommen. So, da haben wir Fahrzeug wählen. Pferdefuhrwerk. Das dämliche ist bei denen jetzt, Produktion Nahrung, dass ich das nicht automatisiert zwei Sachen einstellen kann. Weil ich kann nicht noch ein zweites, weil man da nur eines reinstellen lässt. Das bedeutet, ich muss das nachträglich immer, was man auswechselt, ein bisschen aufteilen. Finde ich ein bisschen nervig. Bei den anderen geht's. Da kann ich jetzt zum Beispiel machen. Zack, Rohöl. Das ist kein Problem. So, dann machen wir den mal zu. Da kann ich's auch machen. Aber bei denen, wo doppelt sind. Ja, ich weiß, dass ich noch ein Fahrzeug gewählt habe. So, da haben wir jetzt das hier. Das ist die Wien Nahrung. Da weiß ich auch, dass der nur Nahrung produzieren soll. So, dann transportieren soll. Lebensmittel natürlich. So, den haben wir auch. Und dann kommt noch der Treibstoff-Henzi. So, und der produziert mehr Treibstoff. Gut. Jetzt haben wir die mal automatisch gewechselt. Die Produktion Rohöl läuft ganz gut. Die anderen sind noch im Minus. Wir brauchen auf jeden Fall Leute auf... Ja, ich überlege gerade, ob ich da noch drei Minuten, ist ein bisschen heftig noch. Und Produktion Nahrung. Die Produktion Nahrung überhaupt. Mit fünf Minuten. Da werden wir noch ein bisschen aufstocken. Da werden wir... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs werden wir da kaufen. Die werden dann aufgeteilt auf Vieh. Dreimal Vieh. Dreimal Getreide. Dass da ordentlich was weiter geht auch. So, und dann haben wir den normalen, den ersten... Einmal auf Produktion Nahrung. Den haben wir auch Produktion Nahrung. So, und dann warten wir ganz kurz, bis das weg von ist. Das ist gut. Das Dumme ist nur, dass die erste Position da jetzt ein bisschen scheiße ist. Bin mir mal was überlegen, die nochmal abzureißen. Die Lagerstätte, dass ich das abgröten kann. Obwohl das nicht so viel ausmachen wird. So, ein bisschen warten. Das Gute ist, dass die Produktion Rohöl ganz gut läuft. Bin schon gespannt, ob ich in diesem Jahr schon Plus mache. Normalerweise sagt man so, die ersten drei, vier, fünf Jahre sind doch relativ heftig in dem Spiel. So, den werden wir wegschicken. Produktion Nahrung. Produktion Nahrung. Wie weit sind wir denn schon? Wir sind jetzt bei vier Minuten. Es muss noch weiter runter. Auf jeden Fall. Die machen wir noch relativ wenig Gewinn. Die Wien Nahrung und Wien Treibstoff. Halt, Verlust machen es mal, ja. Weil halt einfach die Produkte noch nicht dort sind. Wie schaut es hier aus? Der hat im Lager einen Haufen Zeug. In Treibstoff wird er wahrscheinlich wegbekommen. Schätze ich einmal. Oder er bekommt nicht einmal den Treibstoff weg. Das könnte natürlich auch sein. Dann haben wir nämlich das Problem, dass ich wirklich das Öl noch wegbekommen muss. Produktion, warte einmal Oster, Produktion Nahrung und Produktion Nahrung. So, perfekt. Die haben wir alle weg. Da sind wir jetzt auf drei Minuten unten. Das ist auch halbwegs in Ordnung. Und wie schaut es aus mit der Kohle? Wir sind 100.000 noch im Minus. Wir werden jetzt eins machen. Wir werden noch eine Sache einrichten. Nämlich zwei Linien. Für da unten Plastik. Ich weiß dann nicht, ob wir Plastik sozusagen wegbekommen dann. Nicht wirklich. Zur Zeit. Aber normalerweise sollte das trotzdem dann genutzt werden. Weil die dann, der dann einfach produziert. Obwohl, der hat kein Potenzial. Wenn er kein Potenzial hat, dann wird das auch nicht produzieren. Normalerweise. Wie schaut es hier aus? Wir haben keine Nahrung und keine Rohstoffe. Ich verstehe es noch nicht ganz. Der muss sich da ja jetzt immer. Was ist der? Der muss ja jetzt 4 abholen. Das Blöde ist halt die, der Weg hier nach oben ist schon relativ weit. So, was kommt. Schauen wir mal. Das nächste Fahrzeug, was da kommt. Der hat nämlich noch keine Produktion. Der hätte zwar Potenzial. Lebensmittel. Ich glaube halt, dass da noch gar keine Nahrung so richtig ankommen ist, dort oben. Ob nicht sogar sinnvoller ist, eigentlich den anzubinden, da drüben. Es wird sich ziemlich, wird ziemlich gleich bleiben. Beim Öl sicher, weil das ist sicher kürzt. Na, es wird ziemlich gleich bleiben. Wird sich nicht viel herum tun. So, wie schaut es denn aus? Da stehen überall Leute herum. Wieso bringt der ÖPNV in Wien noch keinen Gewinn? Das verstehe ich nicht. Produktion Rohöl bringt Gewinn. Die drei, verstehe ich auch nicht, wo so der keinen Treibstoff da gemacht. Der produziert zwar wieder wahnsinnig, aber Anzahl Einheiten, die an Abnehmer geliefert werden können. Ja. Das Dumme ist, glaube ich, dass sich der jetzt den ganzen Lagerplatz vollstellt mit Rohöl. Halt mit dem scheiß Öl. Ach Gott, wie mache ich das jetzt? Wo kriege ich das? Wohin kann ich das Plastik liefern? Das hat rechts raus, daher. Das hat ein Mörderweg. Das ist halt wirklich ein Mörderweg. Wieso hat der nichts geladen? Wieso hat er keine Vieh? Wieso hat er kein Vieh mit? Der hat auch kein Getreide mit. Wow. Der hat 4-4. Da ist noch irgendwo was falsch gelaufen. Deswegen läuft das gerade noch so irgendwie. Wieso der jetzt da kein anderes produziert, verstehe ich nicht. Ah, jetzt produziert das. Warte mal. Jetzt hat er eines auf Lager. Ah, das sind zwei unterschiedliche Lagerplätze. Das bedeutet, er kann trotzdem produzieren. Nur der hätte noch viel mehr Öl brauchen. Wie schaut die Produktion aus? Acht Städte. Ah, jetzt haben wir schon das erste Rohtreibstoff da. Gut, halt, dann wird der auch demnächst Gewinn abwerfen. Wir werden ein bisschen schneller vorspulen, dass das einmal sich ein bisschen einspielt, das Ganze. Wir machen, meiner Meinung nach, machen wir irgendwo ziemliche Verluste. Irgendwo läuft das gerade nicht so. Mich wundert es auch, dass der scheiß ÖPNV nicht angenommen wird. Erst 8% von der Bevölkerung. Wien ist ein Riesenstadt mit 3, halt mit 3,22. Und da ist irgendwo noch der Hund begraben. Da werden wir einen Zauberstab gleich mal anwenden noch. Wieso ist die? Warte mal. Die ist mir viel zu groß. Jetzt habe ich da raus zu so eine große. Also in der Stadt kann ich gar keine große mehr machen. Könnte ich da Gleise machen, noch. Weil Gleise gehen schon überall. Wir werden relativ bald umsteigen beim ÖPNV auf der Tram. Weil dann kann ich im Endeffekt könnte ich mir die Linie, das könnte ich mir jetzt schon noch mal machen, vorbereiten. Ein Gleis machen. Aber ich will nicht abquälen eigentlich. Eigentlich hätte ich nur gerne das Gleis vorbereiten. Weil dann schält nämlich der können die Busse weiterfahren, soweit ich weiß. Es geht jetzt wirklich nur um die Linie, wo ich zur Zeit einen Verkehr habe. Was das einmal vorbereitet ist. Müssen aber wahrscheinlich gleich noch. Warte, da können wir gleich noch einmal hinterher gehen. Das da verlängern. Bis der Raus zu den Gleisen. Weil die Gleise bedeuten auch normalerweise, dass die naja, die Busse können trotzdem nicht vorbei. Das ist halt in einer Stadt, da müsste man eigentlich, hätte ich hinterhalb, dass die nicht durch die Stadt durchfahren, müsste ich eine sozusagen eine Außenlinie bauen. Aber das Problem ist bei der Außenlinie, wenn ich die sozusagen jetzt vorbeiführe, werden sie es nicht benutzen. Weil sie sagen, das ist nicht effizient. Vermute ich einmal. Weil das der kürzere Weg ist. Weil ich kann schon hinterhalb sozusagen irgendwo eine Linie machen. Aber da müsste sozusagen da reinfahren. Wird nichts bringen. Wird einfach nichts bringen. Ich hoffe, dass jetzt nachher irgendwann einmal irgendwo ein bisschen Kohle fließt. Wir machen noch Minus. Vieles ist es zwar nicht, aber noch machen wir da weil Minus. Und ich würde sagen, im nächsten Bad werden wir dann weiterschauen, wie es weitergeht. Und ich hoffe dann ein bisschen, ja ein bisschen schon besser aufgestellt sein. Wir werden auf jeden Fall die Produktion Nahrung noch verringern. Dass der dort oben einfach mehr produzierter Nahrung halt, dass der mehr bekommt dort drauf. Die werden wir auf 100 Sekunden verringern. Ein bisschen noch reinhauen. Aber das Ganze erst. Im nächsten Bad, wenn es hier weitergeht bei Transport Fever. Bis dann. Tschüss.